mal etwas wartet mal so, jetzt ist wieder so, heute machen wir auf jeden Fall ein Video, in dem ich euch sagen will, dass ich mit YouTube aufhöre ja, er hat richtig gehört leider das ist blöde ne und leider ein bisschen abschieben, davor könnt ihr ein Video von mir gucken, was das letzte Video auf meinem Kanal ist dieses Video ist das letzte Kanal äh, das letzte Video auf meinem Kanal auf meinem Kanal aber hoffentlich nicht, weil ich will nicht mit YouTube aufhören ich weiß, ich hab wenig Aufwürfe, wenig Abonnenten aber das nur weil ich jetzt wenig Abonnenten und sowas bedeutet ja nicht, dass ich gleich mit YouTube aufhöre also Leute das ist, glaube ich mein letztes Video auf meinem kompletten YouTube-Kanal kann sein, dass das noch mehr Videos machen würde und noch mega freundlich wenn ich noch mehr Videos machen wäre dann ist halt voll geil aber aber so lange können wir uns halt für ein Jahr schon mal abschieben verabschieden leider aber ja, davor möchte ich in meinem letzten Video zeigen wie ich auf mit Baumeister Pro bin da werde ich dich schwer sein ich edite und so Baumeister Pro sind zu äh, Dinge schwer so ich mach ähm so 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 machen zweifel umsteuern und zwar nicht platzieren jetzt es fein auf den ich um hier um das drehen in den dritten im falle ändern das war richtig dumm aber und plus noch nicht ich will jetzt auch um eine andere tasse editieren und zwar ich muss mir bequem machen ich werde auf jeden fall in die Kinder ich jetzt auch Prozent ich hätte das nicht mehr die 10 Leute die Kinder auf dieser Seite etwa arbeiten jetzt hier aus Markierung also Markierung Zuck. Das muss ich jetzt mal einspielen. Das sieht hier aus. Nicht so was, das sieht hier aus. Dann müssen wir hier also die Karte machen. Hm. Couch noch. So ungewöhnlich damit man eigentlich so einen Weg kann. Wenn wir dann hier bearbeiten. So, dann muss ich mich halt nur dran gewöhnen. So. Das hier muss man dann lockieren. Okay, da kommt ich eigentlich klar. Hm, den Modus wechseln werden wir auf. So. 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 You. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020